Hier, ein ganz bezaubernder, bezauberndes Mädchen, hier. Also es heißt, es ist eins von den Mädchen, aber das sind, da ist nur ein Junge dabei. Tja, dann ist es nicht mal ein Theo. Ich muss gleich nochmal suchen. Aber ganz lieb, ganz ruhig, ganz niedrig von der Energie. Es sind hier ganz bezaubernde Geschwister. Der erste sitzt vorne, war Bobby und so mit drinnen, ist ganz ruhig, lässt sich ja auch nicht von dem Bellfreudigen anstecken, der immer hier durch die Ecke kläfft. Und die anderen wohnen gegenüber mit dem Älteren eben zusammen und sind alle ganz ruhig und ganz lieb und haben aber wirklich nur so 35 Zentimeter. Die Mama ist deutlich, deutlich, deutlich größer, ganz lieb. Die Mama wohnt zwei Zwinger weiter und ist eine größere. Boah, mein Schatz, hier ist die Mami. Ganz ein feines Mädchen bist du, aber du bist ja ein bisschen größer, Schatz.